Hier, die Armbrust macht ordentlich Damage, muss aber nach dem Schuss nachgeladen werden. Das fühlt sich aber trotzdem eigentlich ganz geil an, so Leute wegzuklicken. Okay, öffnen wir das mal. Was ist das hier? Wahlzettel, ein Vertrauensbeweis. Der Fuck. Diese Wahlzettel belegt die Teilnahme am demokratischen Wahlprozess. Durchsage wählen ist cool, ganz egal, was die anderen sagen. Was kann ich denn damit machen? Was kann ich denn mit einem Wahlzettel machen? Oh, und hier ist die unfertige Pistole. Erstmal noch gucken, was hier drüben ist. Hopps, 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 hopps. Oh Gott. Gut, dass er auf der Stelle explodiert ist. Oh Gott, ich bin ja unfähig. So, das war entspannt. Da war ich ein Begräberchen getroffen damit. Ha! So, oh. Ich bin später ausgeworfen. Der Wunde hat was ausgebuddelt, hat Leben ausgebuddelt. Weiß nicht, ob ich das so auch bekommen hätte oder ob es einfach meine Belohnungswahrscheinlichkeit erhöht. Ich spiele jetzt ganz normal durch. So, Flasche, Herzbehälter. Ah, da kann ich wohl selber Herzen reintun oder was? In die Flasche. Interesting. So, ich hätte ja auch ein Schlüssel kaufen können, oder? Ich bin natürlich ein schlauer Hund. So, unfertige Pistole, 35. Wir nehmen die mal mit, damit wir noch Arme haben. Wir machen nämlich mehr Damage als meine Base-Waffe. Also als meine Unendlichkeits-Pistole, was? Ich würde es gerne, können wir einfach falten. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Oh, die schießt aber sonst. Der Raum ist aber ziemlich nice tatsächlich für den Fight. Oh, ups, wenn man oben nicht rumgehen würde. Wenn man oben nicht rumgehen würde, wäre der Raum ziemlich nice für den Fight. Oh, ich würde gehintet. What? Frechert. Aua! Loll, der Lipp. Der Springer war auf mich drauf. So haben wir nicht gewettet, mein Lieber. Nice. Geschafft. Geschafft. So, was haben wir hier jetzt zwei bekommen? Wir können also auch wieder was dickes kaufen im Shop. Leben. Amo hätte ich gern dafür. Und geil, die Napalmwaffe. Die Napalmwaffe. Und das stimmt, wir hatten ja nur Leben aufbewahrt, war. So, dann ist es fast wieder voll. Jetzt sind wir fast wieder voll. Die unfertige Pistole kann ich natürlich benutzen. Für die Räume. Wenn ich treffen würde. Aua! Hat es geleckt, bin ich der Meinung. Oder so einfach der Nachlade-Shit von der unfertigen Pistole. Bäh. Aua! Okay, die tun natürlich wieder weh. Stufe 2 tun die also weh, wenn die so elektrisiert sind. Okay. Da ist es nicht bloß rumgeschubst. Auf Stufe 1 noch nur rumgeschubst. Cool, diese Auflagen auf die Zubo sprinten. Okay. Das war einfach. Okay, dann drüber springen. Interesting. Wow. Wie, die Falle zählt für euch nicht. Das ist ja gemein. Sägeblätter, die nur für mich zählen. Anti-Player-Discrimination. Oh, die kann ich treffen. Wo ist der eigentlich Peter? Gibt's nicht auch irgendwie sowas von wegen hier... ...fair treatment of players... ...gegen die Bevorzugung von NPCs... ...im Computer spielen? Müsste auch irgendeine Aktion geben. Okay, Passraum. Ich bin einfach dumm. Oh, hab ich das wieder? Okay. Die einfache Version. Die werde ich nicht lange behalten, so wie ich mich kenne. So wie ich mich kenne, werde ich die nicht lange behalten. Was bist du denn? Leere Schrotflinde für den Nahkampf? Das ist eine verbesserte Schrotflinden-Version. Okay, gibt's schon wieder jemanden zum Befreien. Wer ist... Wer ist denn das alles? Oh, oh. Halt. Kommen Sie hier runter. Lauf nicht durchs Feuer. Immer schön im Feuer bleiben. Sehr schön. Dankeschön. Moni, okay. Goldener Schlüssel. Was? Was? Nee, da nicht. Da. Dann befreit wer den Nächsten jetzt. Ist schon mal eine Weile her, dass ich hier unten jemanden gesehen habe. Oha. Vielen Dank, dass du mich aus diesem trostlosen Ort befreust. Sobald ich mich ein wenig erholt habe, kann ich dir sicher aushelfen. Ganz sicher sehen wir uns schon bald wieder. Ich bin nicht so für große Versammlungen. Ich bleib hier unten. Doch denke ich, dass wir uns von Zeit zu sehen werden. Okay, die geht also nicht hoch. Okay. Okay, ich komm hier rein. Schneeballkanone brauche ich nicht. Herzen brauche ich. Rüstung brauche ich aktuell für den Fight. Den Nächsten. Hier habe ich keinen Manscher dabei. Nehme ich wieder bei dem heiligen Ding, wo ich immer noch keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Gott dammit. So, versuchen wir es mal. Ich will dieses Feuerding haben. Ich brauche mal kurz wieder meine Wurf-Grab. Okay. Damn it. Bop, 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 bop. Immer schön brennen lassen den Kunden. Ich hab's geschafft! Das war der zweite Bus! Wir haben den zweiten Bus gelegt. Nice! Und das ohne Damage zu kriegen tatsächlich. In dem Fall. Cyberbuying, mehr Maschine als Mensch. Was bringt mir das? Kann ich weiter springen? Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, okay. So generell, okay. Wo bist du denn jetzt? Ich bin weg. So, so, so. Wir sind in... Kammer 3. Schwarzpulvermine. Zum ersten Mal heute. Die Landkurve ist sichtbar, oder? Würde ich sagen. Äh, what? Das ist ja ne miese Stelle. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Okay. Wie die, die schon finden, das ist sick vom Damage her, glaube ich. Was bist du denn? Bleib doch hier. Achso, es gibt ne echten und welche, die kämpfen, oder was? Wow. Ja, bleib ruhig drin stehen. Ist okay. Ist fine. Ist fine for me. Puh. Puh. Der Raum lief ganz geil. Aber aktuell volles Leben. Zwei Panzerungen. Und zwei Blanks. Oh, oh. Nein. Boah. Du rollst hier nicht rüber. Oh. Oh. Dammit. Habe ich das so viel zu meinen Panzerungen? Ach, come on. Ich brauche ne Waffe nicht, bis es da rüber geht. Warte. 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 Wieso? Totenkopf macht mich schon hart fertig, tatsächlich. Ach. Okay. Ich habe hier gerade sechs Leben weggeworfen in dem Raum. Der ist aber auch assi mit den Bewegungen und so. Ach. Dammit. Ich habe mich so gefreut, dass ich in der dritten Ebene bin und antwort sage, ich habe sogar so viel Leben und ich habe komplett versorgt. Ey, wir sind bis zur dritten Ebene gekommen. Wo ist das denn mit dem Raum? Omer Ansatz. Tja, wir sind. Vielen Dank.